Die Digitalisierung betrifft alle Lebensbereiche, alle Branchen und alle Unternehmen. Wie wirkt sich die digitale Transformation auf die Wirtschaft aus? Wo können Unternehmen profitieren? Wie müssen sich Unternehmen aufstellen, damit sie den Anschluss nicht verpassen? Am Tag der Wirtschaft zeigen Unternehmerpersönlichkeiten aus unterschiedlichsten Branchen konkret auf, wie sie die Digitalisierung in der Praxis umgesetzt haben. Beispiel 1, die Unterhaltungsbranche. Ich bin seit 35 Jahren in der Unterhaltungsindustrie tätig im Bereich Sport, Film und Musik. Es gab immer viele Veränderungen und dank der Digitalisierung haben wir heute so grosse Chancen wie noch nie. Mein ganzes Leben lang ist der Kunde im Vordergrund gestanden und dank der Digitalisierung können wir heute direkt kommunizieren. Wir können auf seine Wünsche eingehen, seine Wünsche erfüllen. Und das sind Chancen, die wir noch nie hatten und die wollen wir nutzen. Beispiel 2, Winterdienst, Kommunal, Flughafen, Land und Bahntechnik. Bei uns in der Hebi Schmidt Group ist Digitalisierung eine von den strategischen Kernfragen. Erstens die internen Prozesse mit Hilfe der Digitalisierung zu optimieren. Das zweite ist Digitalisierung zu nutzen, um die Steuerung und Überwachung von den Fahrzeugen sicherzustellen. Und drittens, das ist die Entwicklung des autonomen Fahrens. Wie können wir mit der Digitalisierung ein unbemanntes Fahren entwickeln, so dass zum Beispiel eine Maschine auf dem Flughafen den Schnee wegräumen kann, ohne dass wir überhaupt noch jemanden brauchen auf der Maschine. Beispiel 3, die Outdoor- und Freizeitbekleidungsbranche. Wir alle sind Zeugen einer extremen Veränderung in unserer Gesellschaft. Die Digitalisierung rauscht mit einer hohen Geschwindigkeit durch unsere Gesellschaft. Wir kommunizieren anders, wir tauschen uns anders aus, wir interagieren 24-7. Und dies nutzen wir bei Mammut als Chance. Unsere Ambition ist, der digitale Leader in der Outdoor-Industrie zu werden. Mammut wird zu einer Plattform, auf der Konsumenten mit uns interagieren und kommunizieren. Mammut schafft besondere Markenerlebnisse und Services rund um Produkte und die Marke. Beispiel 4, die Logistikbranche. Die Post muss sich damit beschäftigen, wie die Welt in zehn Jahren aussieht. Es ist wichtig für uns und in unserer DNA integriert, dass wir neue Technologien testen, prüfen, weiterentwickeln und bei uns in die Prozesse integrieren. Vier Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen und mit unterschiedlichster Grösse. Gemeinsam ist ihnen, sie setzen die Digitalisierung konkret und erfolgreich um. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020